Oh, oh, oh! Hey, Adem, was ist los? Hat Guelo den Kopf gegeben? Nein, Bruder hat mich gegeben. Erst mal Salam Aleikum, ja? Aleikum Salam. Was passiert, nur weil du jetzt ein bisschen Guelo gesponnt hast, hast du gedacht, du bekommst die, oder was? Nein, darum ging es nicht. Ich habe die hier auf TikTok gesehen, ich habe ein bisschen gespendet, dann habe ich die angefragt, so hin und her, wie gehe ich, siehst das. Sie hat nicht zurückangebautet und der Ferrat war mit der guten Kontakt, habe ich geschrieben. Die war gestern im Hotel, wir haben gekuschelt, nur zur Info, und ich habe nicht gespendet und ich habe kein Geld. Alles gut, um Gottes Willen, alles gut. Nimm doch, was zu nehmen kann. Hey, Ibn Nörd, nimmst du auch noch? Hey, Bruder, du hast mich vermisst, haben wir ja nicht, oder? Bruder, du bist in Ordnung, ich sage es nun nicht. Nein, Bruder, ich mag dich, valla. Hey, Amunak, komm, bu kim ya? Tschüssi! Tschüssi! Hey, gel, Ağzını anla, bir kere. Hey, bir kere Ağzını anla. Tschüssi, nirnit demin? Tschüssi, nirnit demin? Bir kere Ağzını anla, 50 oraya vereceğim, bak. 50 oraya vereceğim. Ya? Valla, 50 oraya git, anana ver. Ananı sevin. Amunak, korktum. Veysaz, Veysaz, Ferhat, Veysaz. Valla, kannst du auf Deutsch reden, wir haben auch deutsche Gäste. Leute, tut mir leid, ich habe gesagt, sie soll einmal in den Mund nehmen, 50 Euro. Aber sie will nicht. Ölendem, gibt denen Mordi. Und ich habe gesagt, gib deine Mutter, die freut sich bestimmt über 50 Euro. Ich sage doch einmal Flasche, oder? Ist doch nicht schlimm, kannst du einmal Flasche nehmen, was ist das Problem? Ja, ja. Engelim, nass ist ein Bibi. Hey Leute, wir machen jetzt Menschen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, einmal gegen Engel. Ich habe gesehen, habt ihr gut gekuschelt? Ja. Was? Ja? Du bist auch so total ausgeglichen. So anders. Ich kann gerade dem raustun, die ich selber lehre. Schahan, Schahan 27, Bruder, warte mal, warte. Leute, du kümmerst, Manni, ja. Onkel ist da, Schahan, Onkel, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist, Leute. Ey, Ferrat, was hast du gegen Gigi? Bruder, ich habe nichts gegen sie, ja, aber sie sieht aus wie so, ich weiß nicht, so Escort-mäßig sieht sie aus, ich weiß nicht. Ja? Ferrat, du weißt schon nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du bist, ich habe gesagt, du siehst so aus. Verschill mich bitte nicht falsch. Ähm, ja, ich weiß auch, dass du ein bisschen wie so ein Top aussiehst. Ja, das hast du auch nie gesagt. Ne? Siehst du auch nicht mit deinen süßen roten Bäckchen, die so geschminkt aussehen? Leute, Top heißt nicht, das heißt... Ferrat ist Playboy. Aber, ey, aber ist die Jugendlos, oder? Ja, aber Playboy, Giggolo, Playboy, wahrscheinlich. Nein, Ferrat, Playboy ist ja gut über seine Olle, Ferrat, unser Mann. Nein, 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 warum redest du so schlecht über mich? Ja, nein, wenn du, wenn du ja so sicher bist, dass er Playboy ist, dann gut über seine. Ja, nein, der ist Playboy. Du hast ein Playboy aus, nein? Alles ist fest, Mann. Alles ist fest, Mann. Wie kommt dein Götter Name, Ferrat? Ey, danke, ey, Leute. Nein, Leute, ich hab aufgehört mit Beleidigen, ich werd nicht mehr beleidigen, ich sag gar nichts. Ich bin damit nicht mehr. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Unter mein Niveau, Gugel. Egal, Ferrat, chill doch jetzt, Bruder, lass dir in Ruhe, Bruder. Oh, dann kommen wir mit. Warte, ich hab schon ein paar Mal gesagt, ich kenne mich, Bruder. Was geht dich das an, wenn Ferrat ihn ziehen will, lass ihn in Ruhe, was geht dich das an? Alles gut, warte mal, Engel, warum schießt du gegen mich? Ich mach doch nichts, ja? Du bist ein Götter, du bist ein Götter, du bist ein Götter, du hast einen Viereckkopf, Digga, du hast einen Viereckkopf. Perfekt, Abrah, eine Foto, selbst fragt. Bruder, ich geb dein Tüftel, ich steck dein Gesicht. Adem, versteck dein Gesicht, jeder macht das Kinschwort und wir machen jetzt Fettkopf. Adem, du hast keinen Hals, du hast da rum wie eine Schirrkwüte, so bist du. Schau an, ich danke euch, ich danke euch. Bitte, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Du hast keinen Hals, du hast da rum wie eine Schirrkwüte, Alter, was ist das? Ja, ja. Ich? Geht's gerade für mich? Nein, man, dieser Adem. Scherrf, das können mich da in Ruhe lösen, meine Gühe. Ja, jetzt ärte, du hast dir wenn ich перев git, du hast fahren, du hastifiers nicht, du hast, du hast und食べ. Ke Dakota, du hast einen, du hast einen punch her, du hast einen dense Chi refill nicht, du hast einen Hut. Sine können mich. Ichбу müssen bei dir, du hast einen, du hast leanes Benuru,heres. Ich bin voll, ich bin vollend quas. Ich bin voll, ich bricht ich bib vor. Hahaha, ich bin vollend burntst 잊, ich bin ja. Ich bin vollend,หweoning nicht aus. Das ist immer noch отдел. Ich bin vollend. Ich bin Mühege. Unde die50 Robert in der mmml, Möge bricht? Dünken auch. Man, discussing will我很,高ples, wir malадно. diese Feta hilft nicht bei dir Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Wow, 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 wow lan, get's mir ammina koduklaram, yapıştır lan ammina koduklaram, hadi. Adem, götünü sikeyim, Adem. Götünü sikeyim. Oh, lanse. Götünü sikeyim. Hadi, yana kapala, hadi, ammina koduklarım, hadi. Danke, Sepola, Kestafrauk. Vahy, ammina koduğum. Sensin ya, bana mı diyorsun ammina koduğum? Okey, Leute, Ferhat. Vahy, Bangkok. Oh. Vahy, sailing b communicative. Ey,ggi! Não, d videogame. Nein, warte. Aber du kannst nicht mehr du sieben. Du hast nie nichts. Ok dann um dir Adem raus. So, Leroy. Wenn man hier sonst kein Foto rauskommt, dann�st Du hier mal zu sehen. Nein, du hast nicht gefallen. Ja, du hast keinen HALT! Wir haben keinen HALT! Du hast keinen HALT! Geh mal schlafen, Alter. 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 So, Morgi, das. Ipne, gel mich an meiner Röme. Guehle ist, oder? Weil er will, ich spähe. Guehle, weil du schaust mich nicht mehr zurück. Ach, ja. Was der Lugge kommt? Buhne, amina, Gönne, wo bin ich wieder gelandet, ja. Valla, aina mit Batman, aina mit Joker, was ist... Bu ne, amina, Gönne, valla, Gönne. Bak, bak, kim var yanımda, bak, bak. Maske pass, Dikmar, Reimburg, da du bist übege bist. Wir bist, Betmes sein, yahu. Maske surfer, ben an, ne, kop, ya. Bu ne, amina, Gönne, Gönne, Gönne. Oğlum, Tuba'dan gizli istan, lan. Joker, ich magtik, ama, şu Salah nereden buldun oğlum? Was, du, den, jetzt, auch getireyim, valla. Joker, bu Salah nereden çıkardın, ya? Y relax. Er seounet至 um, ben an... Also, das habe ich dir niemet kabul actressiniz. Man kann Superheldenrolle rawa g Madrid, aber das übergw więksiştirirmgem bastmanır... Das riktline... OK, Joker sind wir gewöhnt. Joker kann das von sprechen Probably. relaxation Sheikhтра g'여넣 Direct. Julkossa... Das sind wir gewohnt. Halbwegs zusammen, mein Bruder. Halbwegs. Irgendeine Bruder, ich weiß nicht, die ist so gutmütig. Und ich... Keine Ahnung, irgendwas tut mich wieder hindern. Die ist auch so wie ich. Die ist auch dumm. Die lässt sich halt auch ausnutzen wie ich. Es ist leider so. So. Wen soll ich annehmen? Wen? Ah, okay, aber... Ich mach grad keinen Gast. Die sollen alle live, ich will es für eine Viereckrunde machen. Ja, Ferhat sowieso. Ferhat! Geh später auch selber live. Mach mal da später vier Gründe, aber jetzt noch nicht. Ja. Raptor ist live. Viel like in Thailand, gell? GemTV sehe ich, finde ich grad nicht. So. Raptor ist mit jemand... Bruder Raptor ist... Bruder Raptor ist... Bruder Raptor ist... Bruder Raptor ist... Bruder Lava, wir mach jetzt den Filter weg. Bruder haben wir nach oben. Ich mag sowas nicht. Ich bin ein Natürlicher Typ, Alter. Was... Aber irgendwie passt die Filter zu mir. Hallo. Ich bin's Emre. Ich brauch einen Hamburger. Bro. Wo ist dieser... Shishko Gottfrennel? Wo ist denn der überhaupt? Wo ist das Übergewicht? Der ist seit Tagen nicht live. Ich mach mir Sorgen um den Übergewicht. Außerdem hab ich von ihm gestern was gehört. Er hat mich so enttäuscht. Ja Leute, ich tu das... Emre Boxer und Mocki sind zusammen. Warte, ich hol Mocki kurz rein. Emre Boxer hat Mocki als Frau verwechselt und die sind zusammen. Ich kenn's ja diesen Mocki. Da ist meine Mieterplante geworden. Ja, aber leben und leben lassen. Die ist ja nicht schlimm. Doch, Mocki hat ja weibliche Stimme und Emre daraufhin meinte, mich schaut eh keiner Frau an. Scheiß drauf. Wir tun's einfach. Wer ist Mocki, siehst du gleich. Wenn die mal frei ist, hol ich die rein. Er ist ein junger Mann mit einer fraulichen Stimme. Das ist kein Witz. Mit wem ist Coelho drin? Wollen noch mal. Wallah, wir haben nur gekuschelt. Ich bin da nicht so. Die hat natürlich viele entwickelt, aber ich hab im Boden geschlafen. Wie ein Obdachloser. Weil ich bin gewohnt, in Maras und so als Ding zu schlafen. Aber wie gesagt, da war nix. Ein anderer würde sagen, ich hab das und das gemacht. Aber die macht Iftra. Aber die hat danach gesagt, Engel, ja, stehst du so auf Fetisch? Sag ich, wie Fetisch? Ich muss jetzt ein bisschen auf Türkisch sagen. Das natürlich war ein Schritt weg. Heute Platz 1. Danke für das Geschenk. Es ist so ein... Was soll dieses Werk? Das habe ich wirklich mit dir gemacht. Ich habe die Schlacht von diesen Egel'e zu viel gebraucht. Dann kam die Thomas Sandalern, die Swerk Emoji. Er ist so ein Schwerk, die Swerk nirrden schuchte? Oh! Hörst du Schwerk Eno. Das ist so ein 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 Schwerk Eno. Ich habe die Swerk Eno. Die Swerk Eno. Ich bin noch schwer krank. Liter. Ich komme mal nach Wien. Bruder, ich schwöre dir, ich habe von Wien so viel Angebot bekommen. Ich schwöre, Österreich ist echt ein cooles Land, aber Bruder, die Sprache macht mich. Da war letztes Mal ein Österreicher bei mir und wir haben so ein Wetter gespielt, voll die Hübsche. Das ist schon wieder so ein Ding, wo du, ich weiß nicht, Bruder, Walle, Österreich ist ein wunderschönes Land. Ich feiere Österreicher, die spenden mir auch viel. Aber diese Sprache, das macht mich geisteskrank, Bruder. Genau, wie heißt sie nochmal, die Frau, die mich mittlerweile echt mag, Jamal, sein Ex, wie heißt sie genau? Wie heißt sie nochmal, Jamal, sein Ex? Die wo immer. Medina, genau. Medina ist auch zum Beispiel auch eine nette, hübsche Frau. Aber da kriege ich auch wirklich Migräne, wenn du die ganze Zeit, stell dir mal vor, du gehst essen, schmeckt dir dein Essen? Schatz, wo gehst du noch hin? Die ganze Zeit so, Bruder, da kriegst du auch, da kriegst du echt, das ist genau wie Wien, weißt du diese Sprache, kannst du nicht auf Dauer hören, Digga. Ja, weißt du, du hast es schon heute gehabt, das ist schon genug in Bayern, die bayerische Sprache ist schon genug anstrengend und dann noch dieses Akzent und ich schwöre, ich habe mal voll die hübsche Frau getroffen, die war Österreich, die hat eine Minute nichts geredet, auf einmal und hast du dort für mich Zeit? Ach komm, Alter. Köln ist cool, Bruder, wenn es so weiter gut läuft, wenn ich ein bisschen noch ausgesorgt bin und meine ganzen Gerichte hinter mir habe, habe ich tatsächlich Vorrichtung, langsam NRW zu gehen, Köln oder so auszuwandern, weil Bayern ist mir zu streng, Bayern ist mittlerweile hat brutale Gesetze, Köln ist eigene Welt, Köln sind Leute, es ist ja so, Köln ist eigene Welt, ist gut, nicht arrogant, gar nichts, feiere ich. Düsseldorf ist möchte gerne, weil ich schon auch Düsseldorf versucht, wie Stuttgart zu sein, ich bin ja auch ein, ich bin ja mittendrin, ich war ja auch voll auf den Stuttgart. Stuttgart kann sich Arroganität leisten, Stuttgart laufen alle Bomben, Türkener Bomben, und in Stuttgart haben die Türken und so die ganzen Namen Para. Düsseldorf versucht verkraft, Stuttgart zu sein, in Arroganität kannst du Stuttgart nicht holen, weil Stuttgart hat wirklich Geld, wirklich, Stuttgart ist eine andere Liga. Stuttgart, Frankfurt ist mir wieder zu asozial, Berlin ist komplett durch, ich bin da noch sozial und Köln ist in Mitte, also ich wäre so für Köln. München ist so, Bruder, München ist langweilig, glaub mir, München ist jeder um jeden. Weil das Geile ist ja in Köln, Bruder, du kannst einfach draußen schlafen, weil ich bin ja oft besoffen, du kannst draußen schlafen, Leute feiern das. Und mein größter Ziel ist, dass ich in Kölner Dom schlafe. Hallo!